Bringst du wieder in die Richtung, Derek? Ich kann eine Markierung machen. Und ich kann sagen zu Derek, dass der linke ist krank, und die linke zu erst bitte haben. Gut markiert, gut hin. Dann kommt zurück. Und jetzt die rechter bitte. Natürlich muss der Spaniel auch trainieren für einweisen. Und der Spaniel schafft nie was seine Retriever schafft. Nie und nimmer. Für die Grund, der Spaniel ist immer die Nase auf der Boden. Immer die Nase auf der Boden. Aber für so eine Distanz ist eigentlich ideal zu schicken. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Was wir machen jetzt? Wir machen ein Double Markierung mit 200. Was ist passiert? Das ist nur Training. Ich und Derek machen zusammen. Ich schicken meine Hund für die linke. Conny, hier. I lost. Stop on the Pfeiffer. Derek schickt his Hund for the dummy. Fast, fast. Aber trotzdem hat er geschafft nichts für die dummy zu apportieren. So was ist jetzt? Ich mach mich alle meinen Hund zurück. Conny. Good girl. Come here. Sit. Jetzt Derek holt his Hund zurück. Dink, dink! One of us for... Ah, go to. Go, ah. So, ich schickt mein Hund for the dummy yet. Conny, hier. Good girl. I lost. Good girl. Come on then. Here. Conny. St. Und jetzt Derek schickt for the andere dummy. Gehorsam bei einem Jagdhund ist ganz egal was für ein Rasser. Gehorsam ist the richtigest from aller. It's the richtigest from aller. Viele Jäger sagen, ach, unsere Hunde bin nur Circushunde. Nein, die bin kein Circushunde. Die bin nur trainierter Jagdhunde. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Was wir machen jetzt? Is ein Einweisen zu schuss. Oder ein Einweisen oder Markierung zu schuss. I'll do the andere mit Haar, da. Ich hab zwei. Okay. Conny, come on. So, die bin Jagdhunde. Einlich, wenn eine Kninkhunde Haasen ist geschossen, die kann das nicht sehen, die Hunde. Conny, come here. Conny. Okay. Die kann das nicht sehen. Gehorsam bei dir. Conny, hier. So, Derek dreht mit der Hunde, dass die Hunde nicht sieht. Ich schmeißen die Dummy Coats zu der rechte Seite. Und was ich jetzt machen, ist, dass ich gerade eine Kninkhunde geschossen und Derek wird schicken in die Richtung, oder die Hunde wird gehen in die Richtung auf der Schuss. Und mit der Hoffnung auf der rechte Seite, wo ich hab geschossen. I will Markieren die Schuss. Haas, 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 haas. Und super in, und super gefunden. Und jetzt gucken, dass es nichts gelockt. Jetzt schmeißen wir einen auf der linken Seite. So, die Hunde muss umdrehen, dass sie das nicht sieht. Und wir machen die Gleika auf der linken Seite. Okay. Super in und gefunden. Und rechts für die Erste und links für die Zweite. Sie hat die Schuss markiert. Und die Arme, wo die Jäger bewegen. Das ist, sagen wir mal, von einem erfahrenen Jachthund. Gut. Hier. Was ist auch ganz richtig bei der Englisch Springer Spaniel? Oder ist das richtig ist von alles? Conny, komm her. Conny. Hopp. St. Ist der Stoppfeifer. Warum ist der Stoppfeifer so richtig? Vorbeispiel an der Hase. Oh, ich glaube, wir haben keinen mehr. Wir haben keinen Sturm mehr. Kein Sturm. Kein Sturm. Kein Sturm. Kein Sturm. Kein Sturm.